Du schickst mich mitten rein in die Scheiße und jetzt sprengst du alles in die Luft? Ich nehme an, dass sie zu tief vorgedrungen ist. Sarah, pass auf dich auf. Das hat Beth umgebracht. Ich komme zu spät zur eigenen Schwangerschaft. Du musst ihnen von deinen Plänen erzählen. Lass mich raten, sie bedeuten nichts Gutes.